Mein Name ist Sascha Knuckl, ich bin Verkaufsleiter der BEDER in der Region Bern-Soledon. Und neben mir ist Arbner Kadriai, ich bin der Kiehkamp-Manager von der Region Bern und bin zuständig im Sanitär- und Plattenbereich. Zusammen sind wir verantwortlich für die Zusammenarbeit mit dem Swiss Hospitality Hub und dem Hotelfachschul-Turm. Als Innovationsausrüstungspartner freuen wir uns auf eine spannende Zusammenarbeit mit dem Swiss Hospitality Hub. Für uns wird die Zeit besonders spannend, da wir im Hospitality-Segment ein wichtiges Netzwerk auf- und ausbauen können. Als Innovationspartner können wir zusätzlich mithelfen, die Zukunft der Hospitality-Branche mitzugestalten. Wir sind ein starker Partner für jedes Projekt und freuen uns auf jede neue Herausforderung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.